Bitte schön, der kleine, hübsche Mann. Du hast noch einmal gesagt, dass Fortnite schön ist. Dass Fortnite schön ist. Ich habe wirklich kein Wort verstanden. Du hast gesagt, dass Fortnite schön ist. Fortnite. Fortnite? Ich kenne Fortnite nicht. Ein Bruder hat mir gesagt, da gibt es einen, was für einen Gott? Donnergott. Und ein anderer hat mir das gesagt. Ich kenne diese Spiele nicht. Ich kann nur darauf antworten, was die Leute mir sagen. Ja, Abul Barra sitzt nicht abends vor Fortnite und spielt Night Night in der Night. Fortnite. Verstehst du? Aber darfst du dann hier ein T-Shirt anhaben? Ja, Habibi. Du ziehst am besten ein T-Shirt an, wo nichts drauf ist. Was heißt das? Dann weiß auch keiner, wer du bist. Besser als von Ahlul Fortnite zu sein. Bu